Dirk Hilbert ist ein deutscher Kommunalpolitiker sowie Oberbürgermeister der sächsischen Landeshauptstadt Dresden. Er trat dabei nicht als FDP-Kandidat an, sondern wurde durch den Verein Unabhängige Bürger für Dresden e. V. zur Wahl vorgeschlagen. Und durch die Freien Wähler und nach Ausscheiden anderer Kandidaten nach dem ersten Wahlgang auch von der CDU und der Kandidatin von Pegida. Unterstützt. Leben. Nach der Ausbildung zum Elektronikfacharbeiter und dem Besuch des Abendgymnasiums studierte Hilbert ab 1992 Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Dresden und schloss 1998 mit dem Diplom ab. Von 1998 bis 2000 arbeitete er als Vorstandsassistent beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln. Danach im Risk-Management beim Luftschiffunternehmen Cargolifter Development GmbH in Kausnig. Daneben war Hilbert ab 1997 Marktleiter bei den Radebeuler Karl May Festtagen und dem Herbst- und Weinfest. Im Jahr 2001 holte der neu gewählte Oberbürgermeister in Golf-Rosberg den geprüften Projektmanagementfachmann in die Dresdner Kommunalverwaltung, in der er 2001 Beigeordneter für Wirtschaft der Landeshauptstadt Dresden wurde. Ab Dezember 2008 war er als erster Bürgermeister Stellvertreter der Oberbürgermeisterin Helmer Oros. Von Februar 2011 bis 1. März 2012 hatte er die Amtsgeschäfte der erkrankten Oberbürgermeisterin interimsweise übernommen. Und seit dem Rücktritt von Oros im März 2015 führte Hilbert die Geschäfte der Landeshauptstadt kommissarisch. Während des Obwahl kam es ruhte seine FDP-Mitgliedschaft und er trat als parteiunabhängiger Kandidat an. Im zweiten Wahlgang gegen Eva-Maria Stange wurde er von FDP, CDU, AfD und Pegida unterstützt. Am 5. Juli 2015 wurde er zum Oberbürgermeister Dresdens gewählt. Seine siebenjährige Amtszeit trat er im August 2015 an. Hilbert lebt in Dresden-Klotzschi, ist verheiratet und hat einen Sohn. Funktionen Aufsichtsratsvorsitzender der Dresdner Gewerbehofgesellschaft MbH Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtreinigung Dresden GmbH Aufsichtsratsvorsitzender der DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft MbH Dresden Vorsitzender der Gesellschafterversammlung des Technologiezentrum Dresden Beiratsmitglied des Güterverkehrszentrum Dresden Mitglied des Aufsichtsrates der Mitteldeutsche Airport Holding Kuratoriumsmitglied des Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme Beiratsmitglied der Gesellschaft für Wissens- und Technologietransfer der TU Dresden Mitglied des Stiftungsrates zur Förderung der TU Dresden Förderndes Mitglied des Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Beiratsmitglied der TLG Immobilien Kuratoriumsmitglied des Internationales Forum für Kultur und Wirtschaft Mitglied der Ausschüsse Wirtschaft und Europäischer Binnenmarkt und Umwelt beim Deutschen Städtetag Mitglied der Sprecher der Öffentlichen Bank des Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit Mitglied des Vorstandes des Citymanagement Dresden Stellvertretender Vorsitzender von ProDresden Vertreter der Stadt im Verein Silicon Saxonyi Mitglied bei International Friends Dresden e.V. Vorsitzender des Präsidiums der Euroregion Elbe-Labe Protonatür und Christoph Räcker Die Register- und Verwaltung SAus Soci�를 Verwaltung Verwaltung Beruf